Hallo, ich bin der Christian. Ich bin hier in der Formerei beim EMS-Training. Insgesamt mache ich EMS schon seit vier Jahren circa. Ich mache EMS aufgrund Körperforming und ein bisschen Muskelaufbau. Es soll als Unterstützung dienen zu meiner jetzigen Sportart, das ist das Rennradfahren. Es unterstützt im Wesentlichen Muskelgruppen, die ich eigentlich im normalen Training oder beim Radfahren nie beanspruchen würde oder nur, wenn ich wirklich daran denken würde, diese Muskeln einzusetzen, ist, wenn man Rennradfahren kennt, dann interessant, wenn man wirklich mehrere Kilometer fährt. Mehrere Kilometer sage ich jetzt mal, irgendwas über 100 Kilometer, wenn man dann merkt, dass man normalerweise Schmerzen in den Beinen, im Rücken oder sonst irgendwo hat. Das ist, seit ich EMS mache, gehört alles der Vergangenheit an. Also, ich freue mich drauf, das über die nächsten Jahre hin weiterzumachen. Es macht richtig viel Spaß, auch mit den Trainern, die sehr kompetent sind, mich in allem unterstützen, was ich vorhabe. Und ja, ich freue mich einfach auf die nächste Zeit. Einigen. Einigen. concludesten. Mon. Wir Transform.